. 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 Mach vorne die Seile dran. Nein, mach die Seilwinde dran und zerrt dich hier hoch. Mach es hier um den Baum. Zieh du doch mal! Reicht es bis zum Baum? Mach hinter dir den. Der ist besser, wenn er bis dahin kommt. Das reicht der Baum. Mach ganz unten fest um die zwei. Keine Aktion. Es muss kein Radfahrer kommen, gell? Ja, über den Fehmach. Das kann eigentlich nichts mehr passieren. Das sieht schön aus, wenn der Blinge rückt. 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 Ja, nehm.